So, gegen Stoke daheim geht's los, aber wir spielen hier mit der Reserve diesmal. Ja, und die wird so aufgestellt sein und wir hoffen natürlich, dass es ein gutes Spielergebnis wird, ja. Denn jetzt geht's in die entscheidende Phase, aber das Problem ist, zwei Tage später, nicht normal, oder zwei Tage später, spielen wir gegen Southampton. Und ich glaube, da brauche ich wirklich die Kräfte. So genügend. Ruth Schmidt und Kamritsch, die zwei müssen das jetzt ein bisschen übernehmen, die Stars jetzt in diesen Truppen. Ah, sehr schön. So schön, jetzt die Möglichkeit, die Kramaritsch und Schmidt. Tok wird etwas nervös. Deswegen, ich hab's jetzt mal dahingestellt, dann erst zu führen. 0,1, Stoke. So einfach. Neu Minuten, Martins. So. Das war's. Das war's. Das habe ich jetzt auch absichtlich nicht geändert. Das war's. 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 Ja, ein bisschen Tug an hier. So, mir ist der Cabral. Und da 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 ist der Cabral. Ich weiß nicht, ob es geht. 2 1 nun will er per kopf Die Führung, vor der Halbzeit noch hier, den Stocksitag. Wow, wenn ich so reißen, komm mal raus. So schnell kann es gehen. Hatte schon 2-2. Oh, keine Wichse hier, Mann. Oh, keine Wichse hier, Mann. Oh, keine Wichse hier, Mann. Oh, keine Wichse hier. Oh, keine Wichse hier. Das war's für heute. Vielen Dank. Das war jetzt Glück. Ich habe ein paar Kampelbeam für ihn. Dann bin ich für Zauner. Und ausgebessert. Und ausgebessert. Und ausgebessert. Und ausgebessert. Untertitelung des ZDF, 2020 Wunderschön gemacht von Cabral 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 und das war es 2 zu sehen bis zum nächsten mal bis dann noch ein